Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Urteil gegen Björn Höcke erwartet. Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende muss sich vor dem Landgericht in Halle an der Saale verantworten, weil er in einer Rede wissentlich eine verbotene Nazi-Parole benutzt haben soll. Höcke bestreitet das. Schärferes Asylrecht in der EU beschlossen. Der Ministerrat nahm nach jahrelangem Streit die neuen Regeln an. Unter anderem soll es schnellere Asylverfahren an den EU-Außengrenzen geben. Außerdem erhalten Länder Unterstützung, in denen besonders viele Migranten ankommen. Umstrittenes Gesetz in Georgien beschlossen. Das Parlament stimmte für die Regelung, nach der Medien und NGOs ausländische Finanzhilfen offenlegen müssen. Kritiker sehen dadurch die Meinungs- und Pressefreiheit bedroht. Gegen das Gesetz gibt es seit Wochen Proteste. Blinken zu Besuch in der Ukraine. Bei einem Treffen mit Präsident Zelensky sagte der EU-US-Außenminister, die jüngst beschlossenen Militärhilfen würden im Krieg gegen Russland einen Unterschied machen. Zelensky betonte, vor allem die Luftabwehr benötige Unterstützung. Scholz stellt sich im Haushaltsstreit hinter Lindner. Der Finanzminister habe den Ressorts Limits genannt. Das sei mit ihm abgesprochen, sagte der Kanzler dem Magazin Stern. Ausnahmen von der Schuldenbremse lehnte Scholz ab. Und das Wetter morgen im Nordosten wieder sonnig, aber windig. Nach Südwesten hin wechselhaft und gebietsweise Regen. Am Nachmittag auch Gewitter. Im Süden lokale Unwetter möglich, bei Höchstwerten von 16 bis 28 Grad. Untertitelung des ZDF für funk